Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, guten Abend miteinander. Wir haben heute einen von unseren erfahrenen Skispezialisten, nämlich den Herr Burger, eingeladen. Herr Burger, auf was muss man beim Skiinkauf besonders schauen? Die Qualität ist das Wichtigste. Darum haben wir bei GOP ein preisgünstiges Skiprogramm mit Langlauf- und Alpinenski und zwar mit den bekanntesten Qualitätsmarken wie Sarner, Gneisel, Rossignol und Atomic. Herr Burger, auf was kommt es darauf an, dass man das richtige Skimodell auswählt? Die Wahl des richtigen Skimodells hängt ab vom Können und der Fahrweise von jedem Einzelnen. Darum haben wir bei GOP's aktuelle Skiverkaufsprogramme auf die verschiedenen Bedürfnisse ausgerichtet. Wir haben hier zum Beispiel diesen Lichtschwung- oder Kompakt-Ski. Er ist breiter und kürzer als andere, man kann darum leichter schwingen und sie besser beherrschen. Besonders günstig sind bei GOP die sogenannten Skisets, wo Ski und Bindung ideal kombiniert sind. Wie zum Beispiel der Sarner Kompakt mit einer Tirolia-Bindung. Oder der Rossignol Carrera mit einer Salomon 222. Oder der Gneisel TXL mit einer Sumatik-Bindung. In dem gleichen modernen Design gibt es natürlich auch die Stöcke. Für wer sind die Kompakt-Ski besonders geeignet, Herr Burger? Die Ski eignen sich am besten für Anfänger bis mittelstarke Fahrer. Für die Ski-Kanonen gibt es die Renn- oder Competition-Ski. Sie haben auch bei höchster Geschwindigkeit eine grosse Deformationsbeständigkeit. Und sie bleiben spurtreu. Competition-Ski sind für Leute, die gerne Tempo fahren, immer noch das Beste. Von den Erwachsenen zu den Jugendski. Herr Burger, auf was kommt es da besonders an? Die Jugendski müssen geschmeidig und extrem gut lenkbar sein. Die abgeflachten Schuffeln und die abgerundeten Ski-Enden geben erhöhte Sicherheit. Und die eingebauten Spitzen- und Endeschutz- und die strapazierfähigen Metalloberkanten machen den Jugendski langlebiger, sodass auch ein zweiter oder dritter Benutzer seine Freude daran hat. Dieser Stratus-Jugendski hat alle Vorteile zum unwahrscheinlich günstigen Preis. Es gibt einen mit montierter Tirolien-Bindung, der von der Beratungsstelle für Unfallverhütung geprüft worden ist. Bei dieser Tirolien-Bindung ist das Ein- und Aussteigen besonders einfach. Das Rosi Mittermeier zeigt es uns gerade einmal. Die Tirolien lässt sich mit der Hand öffnen, mit dem Stock, mit dem Ski oder mit dem Schuh. Sie sehen, die Tirolien sind so einfach. Das kann auch der kleinste Knopf. Vielen Dank, Herr Burger. Alle die Marken Ski und Bindungen, aber auch Skibekleidung, gibt es in den grossen Goob-Zentern und in den Goob-Warenhäusern. Fragen Sie in Ihrem Goob-Laden. Apropos Goob-Laden, die gibt es ja nicht nur in den Zentren der Städte, sondern auch in den Aussenquartieren und auch in den Dörfern. Gerade morgen um 8 Uhr geht wieder so ein Goob-Quartierladen auf, und zwar in Brugg im Kanton Aargau. Aber jetzt zum Gewinner von unserem 5000-Franke-Wettbewerb. Wir haben die Hauptgewinnere unserer letzten Verlosung zu unserem Studio eingeladen. Guten Abend, Frau Wildhaber. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Frau Wildhaber, Sie ziehen jetzt den Hauptgewinn von 1000-Franke-Einkaufs-Gutschein. Bitte. Danke. Es ist VG Hausmann, Seestrasse 81A in Steckborn im Kanton Thurgau. Wir gratulieren ganz herzlich. Sie wissen ja, dass neben dem Hauptgewinn von 1000 Franken noch 4x 500 Franken und 200x 10 Franken Einkaufs-Gutschein zu gewinnen sind. Alle Gewinner werden persönlich benachrichtigt. Aber jetzt zu unserem Goob-Extraspot über die aktuellen Hit-Aktionen. Passen Sie gut auf und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Dienstag gibt es zu Aktionspreisen ein Kilo ausländischer Bienenhonig für nur 3.95 Franken, 120g Zabastan Binaka Flur für nur 2.40 Franken und 6 mittlere Importeier kosten nur 1 Franken. Und als Hit am Wochenende, also nur morgen, übermorgen und am Samstag, gibt es bei Goob eine Jumbo-Packung Vollwäschmittel-Tedimat für nur 11.90 Franken und eine Jumbo-Packung Tasche Vollwäschmittel für nur 13.90 Franken. Oh, halt, jetzt hat man noch fast unseren Web-Werb vergessen. Also schreiben Sie jetzt einfach 3 Produkte, die Sie gerade gesehen haben, auf eine Postkarte an das Goob-Mittwochstudio, Postfach 4099, Basel. Und schon nehmen Sie am 5'000 Franken Web-Werb teil. Einsendenschluss ist der 19. Dezember 1977. Also nochmal auf Wiedersehen. Bis am nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit.